Er kämmt sein Bart mit einer Zahnbürste. Was für ein Kappe, ich sag, du hast zwei Millionen TikTok gemacht, du Hund. Ich färbe. Ob ja ein Kamm. Wie würde ich sagen, ich färbe, er sagt, hol dir ein Kamm. Mit Kamm kann man nicht Bart färben. Warte, diese Augenbrauen muss ich eigentlich auch machen, ja. Dünne Augenbrauen, guck mal. Ja, ja, färben wir ein bisschen, dann sieht man die fester. Hat der Bericht schon mal Hype gehabt auf TikTok eigentlich? Ja, ja. Was für Hype, Junge. Anik sei lieber ein Zitat, Anik. Das ist ein gemeintes Dicke. Hat schon was, Bruder. Guck mal, was Marilo gemacht hat. Einfach Emre, Boxer, Yilmaz. Naja, sieht aus wie diese Duster. Aslantiks, ich küsse dein Herz, Aslantiks. Follower. Was hast du mit dir getan, ja. Guck, guck jetzt. Guck jetzt. Barello mit deinem Bart ist einfach Emre, Boxer, Yilmaz geworden. Was denkt ihr, wie viele Zuschauer habe ich gerade, Jungs? So viel, wie ich schare Haare auf meinem Hirr habe. Hallo, deine ganzen... Ja, Leute, ich bin auf Diät, aber trotzdem kann man einmal Cheap. Einmal deine Muskeln zeigen. Boah, dieser Bauch, Dicke. Einfach Manuelsen. Barello, Barello, bitte, 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 bitte. Barello, Barello, bitte, bitte, Barello. Ey, bitte, du stehst gerade. Mach mal Manuelsenach, bitte. Dicke, was ist da passiert? Blitzschwein, lasst euch... Hä? Hä? Weil Allah keiner hat geraucht. Nein, nein, von, von Uma. Bruder, die denken, diese Fritz-Kohler, die denken... Ja, die denken Alkohol. Wollah, gehen so ein bisschen gesperrt. Lasst euch von diesen Bochen nicht täuschen, ich bin Blitzschwein. Dicke, was ist das, Simpson, yo? Puh.